Achso, wir haben noch einen Redebeitrag gerade bekommen. Okay, alles klar. Helmut, dann gebe ich dir einmal das Mikro. Bitte. Ja, hallo. Ich wollte zwei Sachen sagen. Ich wollte einmal zum Friedensbündnis einladen. Ich hatte den Auftrag das letzte Mal beim Friedensbündnis-Treffen, dass wir einladen. Das ist diesen Mittwoch im Wendentorweil 20, reformierte Gemeinde im Hinterhaus. Da könnten gerne ein paar Leute vorbeikommen. Wir sind nicht viele. Wir sind wahrscheinlich sechs, acht Leute. Aber es wäre schön, wenn man sozusagen mal einen Kontakt herstellt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, Moment, was war das? Das war mal das andere. Achso, das letzte Mal war in Berlin, war vor acht Tagen ein Treffen, wo die Junge Welt drüber berichtet hatte. Wo eben auch die Mahnwachenbewegung und die Friedensbewegung aufeinander zugegangen sind. Also da bestehen durchaus Möglichkeiten. Es ist halt ein gewisses Skepsis von beiden Seiten da. Aber ich meine, im Prinzip sollte man alle Leute, die Frieden haben wollen, sozusagen interessiert betrachten und mal gucken, ob da nicht irgendwas geht. Okay, danke, tschüss.